Keine Faxen mehr, ich war noch in Karina nicht mehr da oben, weil mir sind jetzt alles wieder wie die Hose, ich will jetzt die Verstopfung jetzt freikriegen, entweder... Erklär doch mal bitte das kleine Geschoss, was du nachher hast, erklären wir das mal bitte, was das ist. Das ist ganz einfach, nur ein Vogelschreck eingepackt, wasserdicht, wasserdichter Tünnschnur und so getarnt wie eine Toilettenpapierrolle, die man so reinschmeißt. Die wird sich jetzt vor die Verstopfung setzen und wird ungefähr nach 14, 10 bis 14 Sekunden explodieren. Entweder fliehen mir die Rohre, die ganzen Bude in der Luft, oder ist alles sauber, Alter. Ich freue mich schon, es geht jetzt ab. Psch, leise, leise. Echt, ernst? So, muss das auch machen. Hier ist das Objekt der Begierde. Ich mach die Toilette aus, hier, ich werde leise abschließen. Wir bleiben hier drin, Alter. Ich dachte, wenn denn das Ding jetzt hier drin... Wir bleiben drin hier, Alter. ...im Logos explodiert, weißt du, was hat das jetzt? Das ist ein Alter, das ist ja richtig, Beton. Zünde ihn in den Spül ab. Alter, ich will ja noch einmal... Warte mal, nein. Nee, 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 nee. Ich muss nur noch einmal Wasser holen, noch. Irgendwie so nachgießen, vielleicht. Wie ist das denn? Wenn ich aufsiehe, ziehe ich auf. Wenn die Spülung versagt, muss ich schon... Das sind 5 Lieder, die da rausschießen. Was soll ich mir noch mal sagen, Alter. Zünde an den Falk. Alter, das ist so wahnsinnig. Das ist doch deine Scheißidee. Ja, nee, ich mach das hier auch. Ja, also. Warte mal, was kannst du überlegen, Alter. Das geht da rein, geht in den Abfluss, und dann gibt's einen Rucksack. Wir haben 10 Sekunden da drin. Ja, nee, die ganze Toilette fliegt hier hoch, Alter. Alter, schick dir das. Jetzt sind dir das Scheißding. Alter, Alter. Mal, mal, mal. Los, los. Alter, lass den Rumslieb. Na gut, okay. Warte, ich zieh gleich. Warte, 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 warte. Ich muss noch einmal Wasser, meinst du, oder? Was? So nachgießen, ey. Nein, da kommen fünf Liter raus. Was sollst du noch nachgießen? Du stellst dir mal vor, das schwimmt hier oben drin, Alter. Da stehen wir hier vor. Ja, was willst du mit zehn Liter ein? Was meinst du, das schwimmt hier oben nicht mehr drin, oder was? Den Deckel zumachen, aber. Du Spinner. Los, hier logen. Zündchen, fuck, Alter. Du bist doch geil drauf, Alter. Ja, mir doch egal. Mach an, Alter. Wir haben wirklich fünf Sekunden Zeit, aber. Warte, da ist die Zündschnur. Mach die Zündschnur an. Alter. Ich mach's schon mal nass. Nein, du sollst den Zünd nicht nass machen. Nee, das geht ganz schnell. Damit er wissen Geschwindigkeit hat, so. Was ist denn? Scheiß, Alter. Scheiß, Alter. Ich mach's nicht ohne. Die Toilette ist ein Arsch. Hast du das gefällt? Das war nicht so gut. Ich will den ganzen Ding. Ich hab's nicht. Ich hab's draufgezogen, ne? Guck mal, wie geil war mir jetzt. Guck mal, wie geil. Guck mal, wie geil. Guck mal, wie geil. Guck mal, wie geil. Guck mal, wie ist der Strafnuss weg? Ich hab's nicht. Lass die Tür zu fliegen. 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 Die haben vorstelle noch da ist, Aber die haben meine Füße. Die haben voll die Dinge an die Füße gekriegt. Die füße die da für uns aber weg da. Ja, ich bin hier. Das ist ja der Hammer, Alter. Das ist doch nicht normal. Das hat mich hingehauen, Alter. Das will ich doch nicht sagen. Aber klatsch, das hat keiner mitgekriegt, Alter. Das hat einfach... Guck mal, wie es aussieht, Alter. Wir können nicht mal scheißen, Alter. Das hat die Toilette... Die gibt es gar nicht mehr, Alter. Ach, Quatsch, Alter. Das ist wie ein Bombenangriff aussieht, Alter. Also, wenn wir jetzt nicht 100 Punkte kriegen, dann kriegen wir mal Video.de, Alter. Bin ich aber... Guck mal, wie es aussieht, Alter. Wie es aussieht, Alter. Ich weiß nicht. Wie eine Sau noch, Alter. Ich komm mir vor, als wir die Spitze am Fuß ab, Alter. Alter... Da hat das gar nicht... Lass uns das mal angucken, Alter. Lass uns das mal angucken, Alter. Du musst ja mal meine Toilette angucken, Alter. Toilette, haben wir jetzt gereinigt. Chassi, was denn? Wir mussten ein bisschen lachen jetzt. Gehen wir. Schmacki und He, wir haben Toilette gereinigt. Ja, ist alles in Ordnung. Doch. Die Rohr... Die Rohr... Die Rohr ist frei. So, wir wollen mal gucken, ob es abläuft. Einwandfrei. Geil. Da hab ich eigentlich wieder. Das liegt ja nah, Alter. Alter, hier... Lass doch mal mal den Knall-Logo, oder? Sag mal, glaub ich, das Wasser ist schon aus der Dusche und noch aus, Alter. Alter, da steht ja alles, wo das Wasser ist hier. Wo kommt denn das alles her? Ja, immer noch ein bisschen auffegen, ja. Na gut, Leute, ich kann mal ran, das war ganz gut. So. 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 So.